freuen uns also ich frage mich gar nichts mehr willkommen zu den nächsten channel news oder zu den ternius von dieser woche heute vom 7.8.2019 ja heute sind es die project news warum sind es die project news ich weiß es selbst nicht so also wir fangen am besten direkt mal an wenn ich heute nicht mehr richtig reden kann es tut mir leid ich habe jetzt was weiß ich drei stunden oder so gerade ein neues projekt aufgenommen das am samstag startet was für die überleitung und zwar super strolly 3 ja es beginnt endlich wir haben ja 2016 den ersten teil 2018 an den zweiten teil und jetzt da machen wir zwei am 28 juni 2019 rausgekommen ist und natürlich dieses jahr ist ein grandioses projekt geworden und ich glaube es ist sogar der anfang in der ich habe ich sehe das gerade hier hinten der gestiegen die haare ab ich muss unbedingt wieder das ist auch der beginn richtung ja in eine andere richtung richtung andere richtung auf meinem kanal genau so dann starten wir mit den ganz normalen news mit dem uploadplan das passt schon gesagt das wehr kommt ja immer um 4 uhr morgens da ist mir schon bewusst dass das nicht gerade passendste uhrzeit ist deshalb sind dass jetzt wir das jetzt einfach ein paar stimmchen vor und zwar um 14 also ab morgen kommt um 14 uhr das heißt morgen um 4 uhr und nix das heißt heute nacht ist keine folge ja 14 uhr ihr wisst so dann am freitag kommt die zweite folge von zusammen kein käse mehr die heißt nämlich ich weiß nicht ich weiß nicht wie da ist ich habe noch keinen namen gefunden ich nehme das morgen erst alles auf schreibt morgen erst das gibt dann alles ich habe jetzt hier stehen zusammen mit die polizei ich habe allerdings schon eine andere idee ich habe schon eine andere idee allerdings ihr seht einfach mal selbst ja also zusammen die polizei das ja so dann freitag kommt übrigens auch noch der super mario maker zwei stream mit euren level beziehungsweise auch mit der endlos herausforderung ich weiß noch nicht so recht das heißt ihr dürft mir gerne über das nein 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 macht nicht so dann am samstag ist es endlich soweit um 10 uhr kommt das fünf jahre youtube special es ist wieder so weit und mehr als hinterfälle ausjahren es ist endlich soweit fünf jahre ja und da dürft ihr mir fragen stellen mal wieder fragen das ist ja bei mir immer so eine sache ich vergesse dann immer dass ich gesagt habe ist auf die frage stellen und beantwortet es immer in den kommentaren das werde ich diesmal nicht tun das heißt ihr dürft mir fragen über youtube stellen über instagram und das war es auch schon weil ich auf den anderen plattformen überhaupt nicht ich bin ja öffnet mir gerne fragen stellen die ich dann in diesem video beantwortet mir letztes Jahr allerdings wird dann auch noch eine rupture hinzukommen es kommt noch um ein paar news hinzu also keine channel news sondern so news die insgesamt irgendwie den ganzen kanal betreffend das hier sind ja eigentlich upload news und keine challenge news ja dann so ein bisschen wie sich mein kanal verändert hat was das beliebteste video ist das hat sich endlich mal geändert nach ich glaube drei jahren hat sich das endlich mal geändert das beliebteste video es ist unfassbar so und dann am samstagabend der nächste live stream wahrscheinlich sogar der letzte auch für diesen monat ich weiß es nicht ja doch kann schon sein und zwar super Mario Galaxy 2 ihr wisst es es muss weitergehen und bald auch beendet ich denke nämlich fast eigentlich nicht oder ja ich guck mich gerade um das fällt mir nicht auf nee eigentlich habe ich es vergessen so freunde das war es aber auch das war die channel news vom 7.8.2019 das war der strolling mit dem project news bis ich das einmal richtig schien so jetzt habe ich sie bekommen auch da fällt mir der stift jetzt habe ich verknüpft ja ähm bis nächstes mal bis an drei und schau was ist das hier fach es nicht bin bisher aufgeregt ja